So, jetzt wollen wir mal hier loslegen. Wir sind wieder auf der tollen Map, die wir letztes Mal so viel Spaß an der hatten letztes Mal. Oh, die spawnen wieder in den Ego-Panzern hier. Das Ego-Panzer ist gar nicht so schlecht. Wenn du nämlich den Großen nimmst und gar keinen drin hast, gar keinen Freund, weil du alleine spielst und keiner bei dir jointt. Vorwärts, erobert das Zieldorf. Nicht bei dir spawnen, Unterschuss. Wirklich? Nein, ich laufe mit dem Panzer hinterher. Wirklich? Du bist durch die Staffeldraht gelaufen. Nein, hier ist, krass, hier ist nichts. Jetzt finde ich bei dir geschlossen. Wie machst du das? Ich bin halt einfach unerreichbar. Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, faggoten. Geh da oben, oder? Nein, guck mal hinter dich. Woll, da stimm ich durch und rein. Schon ganz schön reist. Ich hätte dich jetzt gekillt eigentlich. In mir, im Hardcore vielleicht. Hinter mir schießt einer, oh mein Gott. Alter, jetzt. Ich schießt das nicht weiter. Ha, ha. Mehr hast du auch nicht verdient. Erobern das Ziel. Da wollen wir, irgendwie. Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten. Beda? Beda spiel doch gar nicht mit. Richtung B da, ja. Für uns chargst wir. Unmade, glaube ich. Ich brauche hier. Hm, Muni-Typ. Waii, Muni-Typ, waii. Ich bin durch. Von dem Flugzeug ist man auch bei mir flucht. Und am Leben hier unten. Wow. Rude. Oh, jetzt hat mich die große, ja, ich spum bei dir. Die Fortress Gun. Hat mich, äh, erwischt. Ne, die Medik bewegen sich auch nicht. Ich bin doch, ich hab meinen ersten Kill, aber auch im Flugzeug. Noll. Ha, 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 ha. Gigi, ich bin dann wieder im Flugzeug. Wolltest du mit mir im Flugzeug? Gleich. Ich bin so, jetzt bin ich. Ich bin so zwei Flugzeuge weg. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ah. Ja, wo liegst du denn hier rum? Das ist nicht, dass unser, unser Maid hier ist. Oh, fuck. Wir haben halt kein einziges Helf-Bäckchen hier. Doch, ich hab meins da, eins zugeschleppt gehabt. Das hielt doch gerade alle Leute. Nur noch vier leben. Ich bin tot. Ich bin wieder auf despawn. Sonst gehen wir halt runter zu C, aber wir brauchen einen Punkt, ey. Dann aber mal Richtung C schon. Herr Robert, das verdammtes Ziel. Wenn's mit denen nicht läuft, weil's da alle festgefahren haben. Nice. Hast du ihn gerade abgeschossen noch, oder? Ich hab einen gespielt hier gerade. Ja, ich sag, wir gehen Richtung C. Kommt ein Panzer raus, Herr, äh, Lukas. Nice. Gut, wow. Da sind drei Panzer, die haben drei Panzer-Kündiger, das zieht hier raus, ey. Ja, lass nicht da bitte spawnen, das ist wichtig, Herr. Du musst mich in Sicherheit demonstrieren. Okay, Dynamit-Kills und ich hab, äh, Dynamit-Erweil. Dynamit, mach die ziemlich schnell Dynamit. Da, wo sind die? Da unten an der Straße. Ich find's so dumm, der war hundertprozentig im Sir-Person. Ich hasse das. Warum geht das in dem Scheiß-Spiel, dass die Leute im Sir-Person... Hartpro geht's, glaub ich, nicht mehr, oder? Ja, natürlich nicht. Wozu auch? Es ist auch sinnlos und dumm. Nun geht's gerade auf C. Hier ist ein anderer. Ich hab ihn jetzt gekillt. Hier war ein anderer. Was, die Leute. Der saß in seinem Motorrad. Ich hab ihn einfach abgeknallt. Ja, der gechillt, man in seinem Motorrad, in seiner Motorrad-Tour. Ja, ja, da, da saß er drin, ja. Ich hab ihn aber hingegangen. Ich denk mir so, was ist hier so laut? Was brummt hier so? Letzt nicht rein. Ja, warte, bis ich was eingenommen habe. Ich will noch respawnen. Nein. Lukas, mach keinen Schmarrn. Ich will den Scheiß hier einnehmen. Bei einem anderen Maiden, bei Maiden, bei Maiden, andere Seite, blaue Tür. Oh Gott. Ja, da kommen noch welche von dem Gang links. Ich bin tot. Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Und noch mehr von beiden Seiten. Wäre der andere von der anderen Seite jetzt nicht gekommen. Ähm, B, ich geh mal zu D. Wir haben eh verloren, halt wegen dem Panzern wahrscheinlich. Ich spawn bei D. Das ist ein feindlicher Pilot. Verteidigt das Ziel. Ah, ist halt ein Panzer hier, ey. Da ist halt ein Panzer, wo ich spawnen, ey. Alter, Panzer sind so fucking stark im Game, ey. Es. Wo man da überhaupt spawnt. Zwischen beiden Seiten von 10 Feinden oder so. Hammer, baby. Hammer. Kriegt man das, wie viel muss man das freischalten? Was? Na, Deinemite. Das muss ich an dem Panzer machen, oder wie? Das Dynamit als Sturmsoldat. Ich hab's jetzt gleich. Der Panzer ist jetzt im Arsch. Aber sowas von... Der ist... Nur deaktiviert die Patienten. Okay. Hammer. Wann kann man bei dir spawnen? Jetzt. Für dich, Kameras. Erste Hilfe. Danke, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach, überall, ey. Fuck it. Da ist noch einer von links. Wo ich gerade eins schossen hab. Da kommt noch einer, ey. Wieso? Wieso ist das ein Wachsoldat? Bist du an der Feuer? Ich hab ihn dreimal angemessert. Das ging. Wow. Wieso war der ein schwuler Wachsoldat auf einmal? Ich hab schon wieder gar nichts hier, ey. Ich ziehe bald. Ich spawn bei uns an der Homebase. Komm mit. Das Ziel dort. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Soldaten. Ja, Krieg ist schon hart hier. Er ist bei uns durch, Alter. Ist er auf uns geschossen gerade? Da links. Von rechts, von rechts, von rechts. Wieso liegt er ein Scherpshit? Oh, nee. Du oben links von D oder so weiter. Hab ihn. Jetzt hast du dich, jetzt hast du dich freigelassen. Wo ich gerade redet bin. Sag doch was. Ich war im Beschäftig, den noch zu töten, ey. Ja, ich dachte, dass du ewig gedauert hast, lass ich den irgendwann freigehen. Soll ich mal. Braucht jemand erste Hilfe? So. Haben wir eh dann gleich wieder. Auf jeden Fall ein BB. Und A weiß man noch nicht. Bei uns an der Flagge ist er auch, ich glaube. Hier wird nichts angezeigt. An Gegner. Ich habe da gerade Steps bei mir in der Nähe gehört. Nur weil nichts angezeigt wird, heißt das nicht, dass irgendwo bei uns irgendwer ist? Der muss dann nur nicht im Raum sein, wo wir hier einnehmen. Das ist richtig. Der Raum ist nicht wirklich groß. Du hast recht. Oh, Granate. Er passt in mir. Guck mal. Wo soll die denn hergekommen sein, wenn der nicht in der Nähe ist? Den, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Er weiß auch, wo ich bin. Ich bin tot. Hinter uns rechts. Ich habe ihn markiert. Hinter so einem Stein. Granate, hör raus! Ich retz dich gleich. Er ist auf der rechten Seite des Steins immer noch. Er rennt weg. Er geht auf die linke Seite des Steins. Ah, er hat mich. Er hat dich einfach gekillt, weil du bobst. Ich habe dir genau alles gesagt, was ist und alles. Er war halt wieder volle Leben, ey. Den Spaß, die jetzt sind. Oder er killt mich und ich habe ihn halb down. Oh, wow. Er ist da vorne. Ich kriege Potatoen. Ich kriege dich wieder hin. Du hast angefangen mit Potatoen. Ja, ich habe Potatoen. Das ist richtig. Jetzt haben wir E. A, B, C. Nice. E kriegen wir auch gerade. Ich werde da ein bisschen deffen. Da oben. D. Das Ziel darf nicht fallen. Verteidigt das. Nicht mal gesagt. Ja. Das haben wir schon gedefft. Dann Richtung C scheint. Ja. Die spawnen jetzt alle da hinten B. Die werden dann auf irgendwas da gehen. H wird wahrscheinlich auch durch Final Siegen, würde ich sagen, dass wir das WC erstmal halten. Wie der nicht kommen. Schmale Grat. Was? Frage, wenn ich jetzt einmal mein Key abgegradet habe, kann ich das hier auch noch nicht bekommen? Du brauchst nur einmal ein Key überhaupt bekommen aus einer Mufik Dungeon. Hä? Woraus geht's? Du musst nur irgendein Mufik 1, Mufik 1 machen. Fertig. Einfach. Aber dann kriegst du halt auch nur Gömmel Mufik 1 Loot. Aus deiner Kiste. Ja. Also wenn ich jetzt Mufik 2 aufgemacht habe, kriege ich jetzt Mufik 2 Loot aus der Kiste. Ungefähr Mufik 2. Ja. Du weißt selber. Das kann ja pocken bis zu Mufik 4 oder sowas. Weil es halt pocken kann. Wie alles in dem Game pocken kann. Aber es gibt auch noch irgendwelche Breakpoints. Irgendwie. Kenne ich aber auch nicht. Kein Plan. Ab Mufik 6 oder so kriegst du dann auch nochmal den Loot von Mufik. Ja ungefähr da wollt die Traits einsetzen. 4, 7, 10. Du musst schon einmal mit dem E-Run gemacht haben. Also nur den Stein aus Mystic 0 abzuholen geht glaube ich nicht. Ja Mufik 1 machen habe ich doch gerade gesagt. Einmal mit dem Stein durch. Ja das ist plus 2. Es gibt kein 1. Rechts. Ja gesetzt. Es gibt nur Mufik 2. Ja so gesehen ist das aber 1. Es ist mehr. Ich rede immer von Mufik 0 und Mufik 1. So habe ich es immer. Keine Ahnung wie die genauer ist. Ja ich habe rechts gefällt und plus 2 Steine. Wie auch immer die Steine. Das sind sie denn nicht. Hier einmal mit Mufik 0 machen. Stein 0. Stein machen. Und das ist die Steine mit dir. Den haben wir ja auch nicht mehr. Erste Hilfe für dich. Wenn du den auch noch gut machst. So wie wir es gemacht haben. Oh ich bin tot am Auto. An dem kaputten Auto da ist einer. Rechts. Ja ich weiß wo das war. Ungefähr. Ne ich weiß nicht mehr. Doch da. Wo ist er denn? Das ist so schlechter du bist. Das du höher kriegst du den nächsten Stein. Kann ich bei dir spawnen gerade? Ich sterbe jetzt auch. What? Es war buggy. Ich bin er. Ich wollte klettern. Ja muss ich ehrlich machen. Oh Gott ich bin bei dem Mate irgendwo gespawnt. Der ist irgendwo am Asch der Welt hier im Panzer. Ich dachte der wäre auch da. Weil ich auf seinen Namen geklickt habe. Irgendwann spotmate. Gefällt es in irgendeinem Panzer hier. Ah. Ah ja. Die Passengers. Das ist es hier. Er ober hat das Ziel. Repariert aber nie hier. Das muss ich rausnehmen. Hier Mann. Er ist gehilfe. Das ist ein Panzer vor uns. Ja. Er repariert halt sein noch nicht. War mal schlechte. Wir haben mal eine schlechte Fahrer. Wenn man da drin war. Ich spawn bei dir in 4. Und bei dir. Was? Oh ist ein Panzer das? Ich will den kaputt machen. Mein Problem ist mit dass er wieder in alle Richtungen guckt. Weil er wieder die Stimmzeitkossen hat. Ist er abgelenkt hier. Oh ist er gestorben bei uns hier. Ich versag keine Wunden. Wenn er nur noch wegfährt. Ja. Ich bin kaputt gemacht. Ah. Bei mir ist einer im Schützengraben da. Aber er ist tot. Hinter dir. Aber er ist tot. Er ist tot. Ich bin auch tot. C verlieren wir gerade. Ich spawn bei 10, 8, 7, 6. Und E verlieren wir auch ey. Irgendein Hurensohn hat auf dem Panzer geschossen. Deswegen dreht er sich um. Und ich kriege den Panzer nicht mehr getätet. Deine meintet. Weil der sich nur mal umdreht. Weil irgendein Hurensohn auf den geschossen ist. Ich spawn in einem Panzer. Jo. Ich bringe ihn auf den Likert, den C. Eher wieder. Ich habe einen Panzer. Kann ich dich abholen? Ich wurde hier. Ich musste hier rumlaufen. Ich wurde hier rumlaufen. Ich wurde aus. Weißt. Ich lauf durch. Ich komm zu dir. Ich lauf durch die Tür durch Lukas. Eine blaue. Und jemand macht sie hinter mir zu. Und verschließt sie von meinen Freunden. Ich bin drin. Was? Ich bin gerade rechts. Aber ich kann denjenigen füllen. Da ist einer vor uns. Und die rechte Seite. Kleiner Stein. Ich bin bin explodiert. Was war denn das? Wie instant. Wie instant. Was war das? Keine Ahnung. Sonst gehen Panzer nie instant kaputt. Bei D verlieren wir. Aber brauchen wir glaube ich nicht spawnen. Spawn das jetzt selber mal. Läuft dann von außen Richtung C. Da ist einer drinnen bei D halt unten noch. Ach komm. Rätzt der Medic mich? Wo denn? Drinnen bei D. Man kann da nicht reingehen. Ja ich kann da nicht reingehen. Es ist zu hier bei meinem Eingang. Und ich weiß wieder nicht wo die anderen Eingänge sind. Äh. Von Osten. Ja kein Plan. Ich gehe jetzt weg. Ist doch dumm. Gegen einem Spass ziehe mich da. Ich gehe jetzt weg. wieso mann wieso stirbt er nicht hier erste hilfe ich bin bei c oder ich bin bei dir nicht verlieben verteidigt das sanitäter gesichtet die weg zu zählen weg zu zählen Was soll denn das man das ist die ist die die hinter mir zugemacht wurde Lukas als ich rausgegangen wird die hinter mir einer zugesperrt worden sind wir jetzt ich weiß noch nicht was das soll dass sie überhaupt zugesperrbar sind boah shit ist das Erste helfe greift zu Was hast du denn für Alarm gemacht? Ich bin gegen die Tür getarcht. Gegen die Tür? Gut, ist die denn jetzt kaputt? Nein. Oh, da ist einer drin, da glaube ich. Drei, zwei, eins. Ja. Damit kommst du auf die Beine. Anderfeier, Anderfeier. Ah, ich bin tot, ey. Sie sind überall. Sie sind überall, ey. Was macht der? Was macht der? Spawnen wir denn? Gibt's nur noch? Kommt man nochmal bei dir zum Spawnen? Ja, kann man. Jeden Moment. Spawnen war bei mir. Ich bin durch. Er ist Helfer, greif zu, Mann! Alec! So, ja, ich komme. Bin drin. Halb kaputt hier schon, aber egal. Du fährst nur hin. Der Rückwärts, so lange ist der Punkt eingenommen, ich will die Punkte schaffen. Und dann fahr ich voll in den Panzer davon. Warte. Er ist eh zu dumm, uns zu treffen. Warte, warte. Oh, lol. Ich fahr genau gerade. Siehst du das, wie gut ich war? Ja. Ah, danke! Wir sind alle schon tot hier. Fährst du hin? Um D. Nach rechts, nach rechts, jetzt rechts. Ich versuche, ich versuche. Ja, ja, fahrsverkehrt. Jetzt ist es nicht so einfach. Ja, doch, das geht schon. Jetzt links, 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 mehr links, mehr links. Perfekt. Ja, weiter links, weiter links, nicht der Fels, weiter. Oh, oh, oh. Oh, ich steck aus. Hab ihn gekillt. Ich bin tot. Oh Gott, ein festes Festungsgeschütz. Da ist wer unten drin. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Wir haben es aber irgendwie. Wir nehmen es doch wieder ein. Unten ist 100% noch wer drin. Ja. Hier, wir holen. Er ist drinnen hier. Sentrykit? Wo ist der Sentrykit? Ich sehe es noch nicht auf der Map gerade. Das habe ich instant aufgehoben. Was war das für eins? Mega MG, Ingo Bär dich. Nice. Der ist immer noch. Ah, der ist da drin. Ich mache die Tür auf und er weiß es. Ja, 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 ja. Er macht ja mal die Tür zu. Jetzt rennt er raus. Er rennt raus zum südlichen Ausgang. Oder ist das der südlich überhaupt? Gavin. Nice. Ist er genau dir die Arme gerannt? Wie kille ich denn den jetzt, der im Ding drin ist hier? Der sitzt da. Ich muss aber abschüssen. Da ist er drin. Ich habe ihn. Ja, ja. Ich habe ihn nur nicht gesehen gerade auch. Das war mein Problem. Jetzt bin ich da drin. Wir sind gerade eh. Ich habe hier immer so blumen. Hier haben die halt jetzt. Vorne läufst du. Auf dich. Hey. Hey. Junge. Komm mal klar mit deinem Leben. Du kannst halt voll nicht runterziehen. Du kannst nur danach links auf dem Berg nicht ziehen. Das wäre das Ding hier auf OP, Mann. Oh, auf E sind so viele, ey. Die kommen jetzt alle, glaube ich, hierher, ey. Von E kommen sie, glaube ich, jetzt alle. Es regnet es hier schön. Oh, da ist einer. Da ist einer direkt an dem Eingang wieder da. Neben dem Eingang am Felsen. Oh, Mann. Ich verstehe gar nicht, wie er das überlebt hat. Ich habe ihn so angeballert. Er muss da auch ein Sanity Kit oder irgendwas, oder? So. So. Oh, Mann, Mann, das hier. Ich bin nur auf die gegangen, wir haben gar nichts mehr außer D. Lolololol. Ja? Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Da wollen wir hier eh. Das Ziel dort, Herr Ober. Ach, komm. Oh, hold me. Wir waren einfach schneller, eine Sekunde, ey. Spawn ich bei dir. Das ist ein Panzer. Ja, ich spawn bei dir, Panzer. Sag doch mal was, ey. Sag, dass du bei mir spawnst. Ich spawn bei dir. Du hast nichts gesagt. Du hast nichts gesagt, glaube ich, eher das. We have taken objective, Edward. Ich bin auf die gespawnt schon. Wow. Wieso spawst du meinst? Weil du sagst, ich spawne, weil, so sollte ich nicht. Du sagst es halt an, in jemandem, wo wir beide spawnen, ja? Kann ich nicht riechen, dass du da... Ich spawne nicht ohne nachzudenken, ich hole den Punkt, den sie hier einnehmen wollen. Komplett ohne nachzudenken, bisschen ohne mich gespawnt, irgendwo. Wir haben jetzt hier einen Panzer. Wir haben jetzt einen Panzer geholt. Ich bin einfach bei dir im Panzer gespawnt, so einfach ist das. Ja, der Panzer muss weiter verliert werden, ey. Ich bin nicht gut aufs Maul. Bleib stehen, bleib fast zurück. War zurück. Ja, ist das gut. Die haben halt drei Panzer wieder gehabt. Da ist einer. Die haben halt drei Panzer, ey. Das ist unfassbar. Wieso, Mr. Derek, denn jetzt... Ich verstehe nicht, wo die so viele Panzer herkriegen, ey. Die haben einen, die haben drei. Wo sind denn deren? Unsere werden einzeln genommen, die haben auf drei Aufladungen gelandet. Und nur alle drei gleichzeitig. Wir verlieren, ah, wir müssen ein Ziel oder sowas dann mal hinnehmen. So tot. Ich bin so tot. Alter, es sind hammer viele Leute gerade unterwegs Richtung irgendwas. Unser erster Punkt. Ich hab keine Ahnung. Richtung E oder was? Ja. Ja. Wir schlagen in die andere Richtung zu. Richtung C. B. Ziele oberen, los doch! Das ist so retarded, Mann. Panzer sind manchmal so retarded. Ja. Ja, wenn die so viele waren. Ja, Mann, erste Hilfe. Erste Hilfe, greif zu! Ah, er hat verloren, hat er wieder. Schade. Ah, 24. Schade, schade. Und knapp. Ah. Ah. So, jetzt wieder in die Kiste. Ne, keine Ahnung von uns beiden. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Was hat euch gefallen? Tolle Map. Schon wieder verloren haben. Wir vergehen sie wie immer. Ah. Dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ah. Nee. Yay. Ja.